Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft. Wir sind in der Folge 716. Wir sind hier gerade am Quarzfarben und wir haben ein bisschen was. Ja, also wir können hier die Stacks nochmal runterkraften. Dann haben wir schon mal 48 Stück. Das Schöne ist, wir können die jetzt so voll machen, genau, und da hinstellen. Dann werden wir dort nur Quarz kriegen. So, und dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was wir hier kriegen. Treppe ist nicht schlecht, wir brauchen sowieso ein paar Blöcke zu bauen. Ja, das ist wunderbar, guck mal, da haben wir Gold, das Gold nehmen wir auch mit, das können wir nämlich später verkraften. Ich weiß gar nicht, nee, können wir gar nicht sehen. Dafür brauchen wir einen Ofen. Warte mal, wir könnten gucken. Gold, Gold können wir so machen. Gibt es auch noch andere Rezepte dafür? Nee. Nee, nee, schade. Schade, Schokolade. Das wäre ja schön gewesen. Hier ist noch Quarz. Du kannst mal nicht hier, äh, dich einfach abmachen. Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall, dass du dich einfach abmachst hier. Boah, hier, boah, hier, da kriegt man ja hier, äh, das ist ja, das ist ja eine, eine, eine Augenweide. Ich habe gerade das Wort gedrückt. Und da überall Quarz, hier überall Quarz. Ich würde sagen, wir, wir gehen mal da rüber und machen mal den Bösen hier platt. Hatsch ab. So. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil wir wollen ja in alle Richtungen... Oh, nee, Hilfe. Das ist ja leichte, leichte Überforderung. Haben wir Blöcke zum Bauen? So, dann machen wir das so. Dann verwenden wir erstmal die Blöcke, die wir sowieso nicht brauchen. So, genau, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Haben wir Nederick, voll, ja, Nederick haben wir voll ins Deck. Oh, mach du dich ab. Mann, du. So, 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 äh, so, so, so und so. Okay, da habe ich ein Schweinchen gehört. So ganz leise im Hintergrund. Arbeiten, äh, arbeiten sei schon. Mich angreifen wollen. Äh, nee, da komme ich nicht lang. So, 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 so. Ja, immer noch nicht. Wird wohl nicht besser heute. Machst du dich ab? Oh. Wir haben ein Problem mit unseren Herzen, glaube ich. So, wir brauchen hier wieder das hier. Und den hier, haben wir, haben wir schon ein Stack? Oh, wir haben schon ein Stack. Dann nehmen wir, lassen wir Soll sein hier. Soll sein können wir nämlich sehr viel farmen, wenn wir es brauchen. Ach, du. Hier, das ist, das ist einfach, falls du, zack, dann bleibst du da. Das ist einfach zu viel. Hier, weißt du nicht, wo du hingehen sollst. Dann noch einer, genau. Weil das einfach, das ist einfach so viel. Da muss man natürlich auch gucken, wie man hier hingeht. Genau, weil hier ist nämlich wieder. Nee, 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 nee. Das ist die falsche Spitze. Nein, das ist weggefallen. So. Ich dachte schon, ich wäre hier gewesen, hätte ich was weggegraben. So, da hätten wir ein paar Blöckchen. So. Das ist natürlich hier so ein Traum. Guck mal, wir haben schon Level, Level 30. Wir essen mal ein bisschen was. Und dann können wir uns hier, den hier. So. Zu Genüge mal. Genau. Ah, das ist eine Augenweide, eine Augenweide mit Quarz. So, dann bist du dran. Das ist ja... Ein Träumchen. Hier ist auch noch Gold, das nehmen wir auch noch mit. Super. Willst du mich angreifen oder nicht? Nö, offensichtlich nicht. Nö, offensichtlich nicht. Offensichtlich hat er keine Lust auf, mich anzugreifen. Hier ist ja alles, alles voll. Also, ich finde den Weg sowieso nicht mehr zurück. Zumindest nicht mehr dahin, wo wir vorher waren. 29. Joa. Ich sag mal, das ist halt kostenloses Gold, wenn wir es jetzt mitnehmen. Das ist halt kostenlos. Guck mal, hier ist sogar... Hier ist sogar Quarz. Da ist sogar Quarz. Hätten wir nicht gefunden, wenn wir hier nicht wären. So, was haben wir denn hier? Eins können wir noch machen, dann haben wir den Stack voll. Wir könnten jetzt noch... ...den wegschmeißen. Genau, super. Und dann können wir hier oben gucken. Hier ist noch Quarz, guck mal. Nehmen wir sofort mit. Nehmen wir alle sofort mit. Wunderbar. Das ist hier. Also, egal wo man hinläuft, man findet überall Quarz. Und das ist schön. Ich wollte jetzt mal gucken. Genau, hier oben ist nämlich eine Art Sackgasse. Ne, das war der falsche Block. Ich wollte dafür keine XP kriegen. Ich wollte... ...das so machen und dann den hier... ...so abbauen. Ja, ne. Können wir gerade hier nochmal... ...32... ...davon machen. So, und dann hier den hier abbauen. Wunderbar. Das ist gut. Das gefällt mir. Super, super, super. Das gefällt mir. Guck mal hier, wie viel... ...einfach, hier. Jetzt haben wir schon wieder fast einen Stack voll. Wir haben es noch nicht eingesammelt, Alter. Wir haben es noch nicht eingesammelt, Alter. Oh, zwei Meter schon wieder fast ein Stack voll. Da ist Quarz. Meins, 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 meins. Guck mal. Und, ja, anderthalb Stack sogar schon. Lagt da gerade noch Quarz? Da lag noch Quarz und hat das mich nicht einsammeln lassen. So, und dann geht es hier weiter. Das ist ja hier ein Quarzparadies. Super, 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 super. So, jetzt geht es hier weiter. Da geht es weiter. Mui, juhu. Und, äh, da quäle ich mich jetzt mal nicht runter. Und da quäle ich mich mal nicht hoch, oder? Ist nicht so weit. Können wir eigentlich machen. Wo sind wir denn eigentlich gerade aktuell? Ja, geht eigentlich ein bisschen gar nicht so weit weg. Ähm, da könnte man sich hocharbeiten. Ne, doch, hier sind wir eben so ein bisschen zu Hause. So. Wunderbar, wunderbar. So, ab geht es hier wieder runter. Und dann geht es hier weiter. Ja. Das ist egal, wo ich lang gehe. Ich finde überall Quarz. Ich muss es nur abbauen. So, 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 so. Genau. Nehmen wir auch noch mit. Da ist auch noch Quarz. Das nehmen wir auch mit. Ähm, ja. Auch wenn das nur einer war, das ist egal. Oh, super. Super ausgedrext. Ach du meine Güte. Das fällt ja nie auf. PS, den Quarz, das werden wir nie alles abbauen können. Das ist ja einfach viel zu viel. Viel zu viel des Guten. Was haben wir denn schon wieder? Wir haben schon wieder fast die drei Stacks voll. War ich nicht hier mal? Doch, hier war ich mal. Guck mal, hier war ich mal. Das ist nicht schön. Da will ich hier nicht aber nicht abbauen, weil das ist alles ein bisschen viel. Nö. Das ist nur ein Pilz. Super, 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 so, so. Dann dürfte die Lava auch verschwinden, so. Dann können wir nämlich hier mal das Gold bedienen. Und hier uns mal hochbauen. So, das den Quarz können wir ruhig runterfallen lassen. Und nicht einsammeln, weil wir keinen Platz mehr haben, aber wir können noch ein Stack voll machen. Das heißt, da lagen jetzt einfach 21 Quarzen rum, die wir nicht irgendwie aufgesammelt haben. Ich habe auch schon wieder den voll. Ja, das hört nie auf. Das ist aber auch gut so. So, wir wollen hier mal eine kleine Plattform bauen, das wir da hoch können. Genau, super. Dann können wir ja noch ein bisschen Gloucester abbauen. Ich glaube, Gloucester haben wir auch nicht so viel. Können wir das oder haben wir hier dann Todesangst? Äh, wir können das, da ist nämlich auch noch Quarz. So, genau. So, was ist hier? Da ist noch das eine Feuer. Das machen wir noch aus. So, und, äh, ja, bauen wir uns mal hier hoch. Und nehmen wir mal die Silk Touch. Oder können wir das? Ne, die hat keinen Silk Touch drauf. Welche, was ist denn eigentlich das? Das richtige Schwerkzeug dafür? Haben wir Platz für Gloucester? Ne, haben wir nicht, ne? Wo, 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 wo? Was geht denn hier mit dem ab? Okay, gut, dann wissen wir ja, dass wir da oben gleich Gloucester abbauen können. Dass ein paar Gloucester, die da liegen, sind mir relativ egal. Hallo? Mach mir nicht so ne Angst hier. Aber, wie wir den Rest hier abbauen und einen kleineren, weiteren Teil, sehen wir selbstverständlich. In der nächsten Folge, wenn es hier war, lassen wir eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Tschau, Leute.